In Europa vollzieht sich ein bedeutender Wandel. Einem Analysten zufolge könnten die Europawahlen im Juni ein Wendepunkt für die rechtsextremen Kräfte in der EU sein. Diese Parteien sind bereits weit davon entfernt, am Rande des politischen Spektrums zu stehen und übernehmen allein oder an der Seite etablierter Parteien Regierungsverantwortung. Die Rechtsextremen könnten nach Ansicht des Experten zweite politische Kraft im Europäischen Parlament werden. Das heißt, das ist etwa 11 Prozent, das ist etwa 11 Prozent. Das heißt, dass die zwei, die Lägglichkeiten von den beiden Gruppen zusammengefasst werden, das ist eine Sache, die wir diskutieren, das wäre 23 Prozent. Das wäre das gleiche als die Europäische Partei der Europäische Partei. Trotz des allgemeinen Erstarkens wird es für die extremen Rechten wegen ihrer ideologischen Unterschiede schwierig, sich zusammenzuschließen und eine gemeinsame politische Gruppe zu bilden. Aber es kann zu einer Zusammenarbeit bei bestimmten Themen kommen, sowie zu einem allgemeinen Umschwenken auf rechte Politik. Das ist eine große Herausforderung für Russland, die in der Ukraine des Verteidigungsmaßes sind. Das ist eine große Herausforderung für uns, die wir in den Verteidigung des Verteidigungsmaßes sind. Das ist also das, wenn es keine Verbesserung mit PCR, IDA und Fidesz ist, das könnte sicherlich anstrengen die Koalition in der nächsten Verteidigungsmaßung werden. Nicht nur die Parteien sind gespalten, sondern auch die europäischen Mitgliedstaaten. Der Analyst erinnert daran, dass die Stimmabgabe bei den Europawahlen über die nationale Perspektive erfolgt, die in den Mitgliedstaaten oft sehr unterschiedlich ist. Regift in die andere Perspektive